Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar Herstellung hochpräziser Pumpenteile, Schleiflösungen von EMAG für mehr Effizienz. Mein Name ist Manfred Winkler, ich bin Leiter des technischen Vertriebs in der BU Schleifen in der EMAG Gruppe und ich werde Sie zusammen mit meinem Kollegen Jannik Röttger, der sich gleich vorstellen wird, Sie durch dieses Webinar begleiten. Bevor wir starten, noch kurz ein organisatorisches Thema. Wenn Sie Fragen zu den vorgestellten Themen haben, gibt es zwei Möglichkeiten, diese zu stellen. Einmal über die Chat-Funktion, hier erscheinen Ihre Fragen mit Ihrem Namen, oder über die Fragen-Funktion, hier erscheinen Ihre Fragen anonym. Nun, was erwartet Sie in den nächsten 45 Minuten? Wir haben das in drei Blöcke aufgeteilt. Zuerst gibt es Informationen über unsere vertikale Unrundschleifmaschine VG110 mit verschiedenen Applikationen. Als zweites Informationen über unsere VLC-Baureihe. Hier werden wir Beispiele von einer Unrundbearbeitung und von einer Kombinationsbearbeitung zeigen. Und als dritten und letzten Block erfahren Sie noch Informationen über die EMAG-Kontur, über die Software für das Unrundschleifen. Was war die Motivation für dieses Webinar? Der globale Pumpenmarkt ist gemäß einer Studie von Growth Market Reports ein Wachstumsmarkt mit einem jährlichen Wachstumspotenzial von rund 4% bis 2031. Pumpensysteme sind unscheinbare, aber entscheidende Komponenten für eine Vielzahl von Anwendungen, denen wir täglich begegnen. Pumpensysteme finden wir in PKWs, in Nutzfahrzeugen, in Fahrzeugen für die Landwirtschaft und für das Baugewerbe. Wir finden es aber auch in Haushaltsgeräten oder in Heizungsanlagen. Die steigende Nachfrage nach energieeffizienten Pumpen dürfte die Nachfrage auf diesem Markt noch ankurbeln. Somit ist der Pumpenmarkt ein interessantes Marktgebiet, das sich durch Wachstum von anderen Marktgebieten mit momentaner Stagnation und mit Rückgang unterscheidet. Soweit meine einleitenden Worte und ich darf jetzt weitergeben zu meinem Kollegen Jannik. Ja, ganz herzlichen Dank auch von mir. Herzlich willkommen, guten Morgen in die Runde. Mein Name ist Jannik Röttger, ich leite die Technologieabteilung in der Business Unit Schleifen bei EMAC und ich darf jetzt einsteigen mit der EMAC-Lösung für die vertikale Unrundschleifbearbeitung von kompakten Bauteilen mit einem Bearbeitungsdurchmesser bis 110 mm. Das ist unsere Baureihe, die VG 110. Als erstes Applikationsbeispiel habe ich die Innenbearbeitung eines Pumpenrings einer Flügelzellenpumpe für Sie mitgebracht und im weiteren Verlauf werde ich dann noch die Bearbeitung von Rotor und Stator einer Innenzahnradpumpe für eine Anwendung in einem Lenksystem eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs eingehen. Die VG 110, ich hoffe, das Bild lässt es erahnen, insbesondere der Größenvergleich hier zum Bedienpanel. Es ist eine sehr kompakte Maschine, kommt mit nur 1,40 Meter Breite aus, also geringer Platzbedarf in ihrem Shopfloor und ist unsere Lösung für eher kompaktere Bauteile. Das Bearbeitungsspektrum reicht damit von Statorn, Rotoren für Innenzahnradpumpen über Nockenstücke, beispielsweise für das Aufschieben auf gebaute Kurbelwellen bis hin zu Pumpenringen von Flügelzellenpumpen. Und genau das ist das erste Beispiel, das ich nun präsentieren möchte. Bei Flügelzellenpumpen ist eine der Kernkomponenten der Pumpenring. Hier ist die erzeugte Konturgenauigkeit und Oberflächengüte maßgeblich für die Laufruhe und auch den Wirkungsgrad im späteren Einsatz verantwortlich. Ein optimal ausgelegter Schleifprozess sichert damit nicht nur Ressourcen in der eigenen Fertigung, sondern auch im späteren Funktionsverhalten, im Einsatz des Bauteils, hat also insgesamt einen sehr positiven Einfluss auf die Ökobilanz unseres Bauteils über den kompletten Produktlebenszyklus. Wie ist das Funktionsverhalten einer solchen Flügelzellenpumpe, auch Drehschieberpumpe genannt, in rot dargestellt der von uns bearbeitete Pumpenring mit Unrundkontur, gelb dargestellt der angetriebene und bewegliche Rotor, in den Nuten eingebracht sind, in denen die sogenannten Drehschieber sitzen. Diese Drehschieber sind durch Federn vorgespannt, sodass immer ein Kontakt zwischen Drehschieber und dem außenliegenden Pumpenring vorliegt. So ist jeder einzelne Fluidraum immer abgeschlossen und durch die Variation der Größe des Volumens des Fluidraums wird dann der Druckaufbau erzeugt. Das Ganze schauen wir uns im Video an, dann wird das Ganze, glaube ich, etwas deutlich. Auf der Einlassseite sieht man größer werdender Fluidraum, das heißt, wir saugen hier Fluid an und komprimieren das dann auf der entgegengesetzten Seite und erzeugen so den Druckaufbau, der hier für die Flügelzellenpumpe, in dem Fall für Hydraulikanwendungen, nötig ist. Wie sieht das Ganze in Stahl und Eisen aus? Unser Pumpenring hier zu sehen mit den beiden plan geschliffenen Flächen, auf die dann der Deckel kommt, hier die beiden Einlassbereiche, eine zweistufige Pumpe, hier strömt also das Fluid ein und hier erfolgt dann der Druckaufbau und auf der gegenüberliegenden Seite der Fluidauslass. In der Mitte dargestellt der Rotor mit den entsprechenden Drehschiebern. Was war unsere Aufgabe in diesem Kontext? Es geht um die Bearbeitung der Innenkontur des Pumpenrings. Das Material war in dem Fallbeispiel 100 Chrom 6, also gehärteter Welslagerstahl oder gesindertes D32. Das Aufmaß betrug 0,8 mm auf den Durchmesser bezogen, was zerspannt werden musste und damit wird auch schon die erste große technologische Herausforderung deutlich. Wir mussten bei diesem hohen Aufmaß eine Rautiefe, einen arithmetischen Mittenrauhwert von Ra kleiner 0,2 µm erreichen. Die Positioniergenauigkeit bezogen auf A und C betrug 50 µ, also relativ gut einzuhalten. Die Profilabweichung maximal 20 µ, eine Geradheit von 2 µ dürfte nicht überschritten worden. Und die Rechtwinklichkeit zu B betrug maximal 7 µm. Zuerst der Blick auf unser Maschinenkonzept. All diejenigen, die die E-Mark Vertikalmaschinen auch für die Kombinationsbearbeitung kennen, denen kommt das bekannt vor. Das heißt, auch die VG 110 basiert auf diesem jahrzehntelang erprobten und bewährten Maschinenkonzept mit vertikaler Spindelanordnung. Der Kunde oder eine beigestellte Automation positioniert das Rohteil auf dem sogenannten Werkstück-Shuttle direkt daneben die Position, auf der der Kunde dann das Fertigteil entnimmt. Alles andere an Werkstück-Handling, das Verbringen in den Arbeitsraum, das Spannen und Bearbeiten macht die Maschine automatisch. Das heißt, das Shuttle verfährt hier über den Werkstück-Lift. Der Werkstück-Lift positioniert das Bauteil in Winkelrichtung, hebt es dann nach oben, wo es vom Planspannfutter, das an der Werkstück-Spindel montiert ist, aufgenommen und fixiert wird. Die Werkstück-Spindel verfährt in X-Richtung, bringt damit das Bauteil in den Arbeitsraum der Maschine, wo dann die beiden Schleifspindeln angeordnet sind, die in Z-Richtung verfahren und so die entsprechende Zugänglichkeit in die Bearbeitungszone gewährleistet wird. Die Abrichtspindel, für den Fall, dass keramisch gebundene Werkzeuge zum Einsatz kommen, ist ebenfalls am Schlitten der Werkstück-Spindel fixiert. Zwei Schleifspindeln, möglich um Scheiben unterschiedlicher Durchmesser für unterschiedliche Radien zu verwenden, oder in unserem Fall eine Spindel für das Vor- und eine für das Fertigschleifen zu verwenden. Wie sieht das Ganze nun in bewegten Bildern mit einer Automationslösung aus unserem Hause statt? Sieht hier, dass die Automation mit dem Portal hat das Rohteil auf dem Shuttle abgelegt, das Fertigteil entnommen, das Ganze nochmal, also hier Ablage auf dem Werkstück-Shuttle beziehungsweise Entnahme des geschliffenen Bauteils. Das Shuttle bringt das Werkstück jetzt zum Arbeitsraum und das war der Werkstück-Lift, der das Ganze dann zum Spannfutter gebracht hat. Hier die Innenbearbeitung unseres Pumpenrings zu sehen und hier auf der rechten Seite, da fährt die Abbrich-Spindel mit, die ist entsprechend am Werkstück-Schlitten positioniert und so die wesentliche Kinematik. Wir richten mit rotierenden Werkzeugen ab unsere Abbrich-Spindel, die verbaut ist, je nach Anwendungsfall. In diesem Fall war es eine Abbrich-Spindel mit einer Drehzahl bis zu 16.000 Umdrehungen pro Minute, um die entsprechenden Geschwindigkeitsverhältnisse gemäß Stand der Technik beim Abrichten einstellen zu können, um so die Wirkrautiefe der Scheibe zu beeinflussen. Wir arbeiten beim Abrichten mit Antassensorik, basierend auf akustische Mischen, verbaut in der Abbrich-Spindel, sodass wir einen Sensor für beide Spindeln auch nutzen können. In dem Fall betrug der Abricht-Rollendurchmesser der Formrolle 80 mm. Wie schon angesprochen, aufgrund des hohen Aufmaßes ein zweistufiger Prozess mit Vorschleifen der Innenkontur, in dem Fall mit galvanisch gebundenem CBN, also Scheibe sehr schnittig ausgelegt, um hohe Zerspannraten realisieren zu können, dann Fertigschleifen mit keramisch gebundenem CBN, das in der Maschine dementsprechend abgerichtet wurde. Die Interpolation, um die Unrundgeometrie herzustellen, erfolgt durch die X-Achse, also den Verfahrweg der Werkstücksspindel, sodass dadurch die Relativbewegung in X-Richtung zwischen Schleifscheibe und Werkstücksspindel erreicht wird und zusätzlich die C-Achse mit Encoder, die dann die entsprechende Rotation dazu überlagert. Was waren die Ergebnisse unseres Prozesses? Das heißt, welche Taktzeit kam dabei raus? Wir haben das der Vollständigkeit halber noch mit einem Kühlschmierstoff, einem Öl gearbeitet, mit einer Viskosität von 5 Centistokes, tendenziell sehr leichtflüssiges Öl. Das ist beim Innenrundschleifen besonders wichtig, damit bei den großen Kontaktflächen zwischen Schleifscheibe und Werkstück kein Aquaplaning-Effekt, also keine zu hohen Normalkräfte auftreten, die dann den dünnen Schleiftorn verdrücken würden und zu Profilabweichungen führen. Die Scheiben, man sieht es hier, mit Durchmesser 16 auf 20er Länge entsprechend klein gehalten. Was war die Taktzeit? Ich habe es eben ja schon angeteasert. 40 Sekunden inklusive Be- und Entladen für das behärtete Werkstück aus 100 Chrom 6. Beim besseren Zersparnverhalten des hintermetallisch hergestellten Werkstoffs konnten wir sogar eine Taktzeit von 32 Sekunden inklusive Be- und Entladen realisieren. Das entspricht dann einer Jahresstückzahl von etwa 450.000 Teilen. Ergebnisgrößen, die Linienform kleiner 10 Mikrometer, die Positionsgenauigkeit besser als 30 Mikrometer, die Rechtwinklichkeit kleiner 5 Mikrometer und, wie schon angesprochen, durch die zweigeteilte, durch die zweistufige Prozessführung dann arithmetische Mittenrauwerte kleiner 0,2 Mikrometer, die erzeugt wurden. Weiteres Anwendungsbeispiel, auch aus dem Hydrauliksektor, ist dann eine Gerotor- oder Innenzahnradpumpe. Auch hier maßgeblich für die Laufruhe und den Wirkungsgrad ursächlich sind die Schleifriefen. Von vielen Kunden haben wir das Feedback bekommen, dass die in Umfangsrichtung angeordneten Schleifscheiben, wie sie bei unserer verwendeten Kinematik realisiert werden, besonders vorteilhaft sind und höhere Wirkungsgrade erreichen, als das bei anders gerichteten Strukturen der Falzen. Wie sieht hier das Konzept aus? Hier wird die Variation des Fluidraumes und dadurch das Ansaugen bzw. das Komprimieren durch das Zusammenspiel der Geometrie vom rotierenden Stator in der Mitte, vom Rotor, Entschuldigung, und vom Stator erzeugen. Man sieht hier im Ansaugbereich größer werdender Fluidraum, der dann verkleinert, komprimiert wird und so den Druckaufbau entsprechend gewährleistet. Aus genau diesem Grund ist hier auch wirklich eine hohe Formgenauigkeit, hohe Profilgenauigkeit vonnöten, um eine entsprechende Funktionalität sicherzustellen. Man sieht das hier, Oberflächenrauheit etwas offener toleriert, das heißt gemittelte Rautiefen, arithmetischer Mittenrauhwert, kleine 0,5 Mikrometer akzeptabel, aber die Profilgenauigkeit entsprechend höher, kleiner 6 µ gefordert, Symmetrie bezogen auf die B-Achse, kleiner 12 µ, eine Rechtwinkligkeit kleiner 15 µ auf 10 mm gemessen und hier die Winkelabweichung der Polygonspitzen zueinander auch entsprechend wichtig, damit das Zusammenspiel zwischen Rotor und Stator, die beide auf unserer Maschine geschliffen werden, bestmöglich ist. Hier unten auch die Durchmessertoleranzen entsprechend angegeben, also hohe Genauigkeitsanforderungen, damit die Pumpe nachher das tut, was sie soll. Während wir beim Rotor die Außenkonturen geschliffen haben, geht es beim Stator um die Innengeometrie, denn genau das sind ja die beiden Kontaktflächen, die dann in der Pumpenanwendung wechselwirken. Auch hier, wie eben nicht erwähnt, Stahl 20 Chrom TIC, gehärtet auf bis zu 63 HRC. Hier wie gesagt die Innenkontur und ein Aufmaß von 0,5 mm Durchmesser bezogen, was zu zersparen ist und dementsprechend hier die Angabe der Zielgrößen analog zum Rotor. Was kam dabei raus? Einmal, wie sind wir vorgegangen? Das Schleifen für den Rotor, also die Außenkontur, auch hier wieder Interpolation von X- und C-Achse. Zum Einsatz kam hier keramisch gebundenes CBN, das in der Maschine für den Anwendungsfall entsprechend abgerichtet wurde. Ausgerichtet, die Winkelorientierung wurde in der Innenverzahnung, das geschieht, wenn der Werkstücklift das Bauteil nach oben zur Spindel hebt, dabei also die Winkelorientierung und dann Planspannung an der Werkstücksspindel. Die Radien der Außenkontur des Rotors haben in dem Fall einen Schleifscheibendurchmesser von bis zu 16 mm zugelassen. Wir schauen uns das Ganze für die Innenkontur beim Stator an, auch hier keramisch gebundenes CBN-Ausrichten des Winkels über die Innenkontur, aber aufgrund der Konturzüge deutlich kleinere Schleifscheibendurchmesser, die wir einsetzen mussten, maximal 7,4 mm. Und das bei einer Schleifscheibenbreite von 26 mm ist schon ein sehr herausforderndes Durchmesser-zu-Längen-Verhältnis, wo es entsprechend komplex wird, dann die Ergebnisgrößen zu erreichen. Wie sind wir grundsätzlich vorgegangen? Nach einem Vorschleifen erfolgte ein Zwischenmessen in der Maschine, dementsprechend Korrektur des Durchmessers und dann im nächsten Schritt mit reduzierten Vorschieben ein Fertigschleifen, um die gewünschten Qualitäten einzustellen. Auch hier kam wieder ein leichtflüssiges Öl zum Einsatz. Wir kamen auf Taktzeiten von 110 Sekunden inklusive Be- und Entladen für den Rotor, 120 Sekunden analog dazu für den Stator. Je nach Werkstückbreite ist es auch möglich, mehrere Bauteile im Paket gleichzeitig zu zersparen. Da ist so eine Hausnummer etwa 35 mm, wo das ganz gut funktioniert. Wir haben auch schon Anwendungen gehabt, wo wir das mit etwas höheren Paketbreiten erreicht haben. Das hängt dann immer von der Eingangsqualität, vom Werkstück und von der gewünschten Taktzeit ab, was dann noch wirtschaftlich sinnvoll ist. Linienform wurde beim fertigen Bauteil erreicht, kleiner 6 µ beim Rotor, kleiner 10 µ beim Stator, die Rechtwinklichkeit 10 bzw. 15 µ und die Oberflächengüte, wie gefordert, kleiner 0,5 µm, der arithmetische Mittenraubwert. Die Maschine ist standardmäßig mit unserem Shuttle ausgestattet. Das ist die Schnittstelle zwischen Arbeitsraum und Maschinenumgebung. Somit optimal für eine Handbeladung, je nach Kundenanforderung, aber natürlich auch die Schnittstelle zu einer kundenseitig beigestellten Automationslösung, die zur entsprechenden Fertigungslinie des Kunden passt. Auf der anderen Seite dargestellt eine Automationslösung aus dem Hause E-Markt mit entsprechendem Zuführband und Portal, wo dann die Bauteile automatisiert auf dem Shuttle abgelegt werden. Ich möchte die Eigenschaften der VG 110 noch mal kurz zusammenfassen. Optimiert für die Bearbeitung kompakter Werkstücke bis Bearbeitungsdurchmesser etwa 110 mm. Wir haben eine sehr hohe Schwingungsdämpfung durch das Mineralitmaschinenbett. Das ermöglicht hohe Werkzeugstandzeiten und hohe Oberflächengüten. Wie bei den Vertikalmaschinen üblich, haben wir einen sehr guten Späneabfall. Nach unten haben wir also wenig Interaktion zwischen den abrasiven Schleifpartikeln und den Vorschubachsen der Maschinen. Wir haben durch die Pickup-Spindel und die Shuttle-Automation sehr kurze Spahn-zu-Spahn-Zeiten. Der Kunde kauft quasi die Automation schon mit der Maschine, denn alles das, was ab Werkzeug-Shuttle passiert, erfolgt automatisch. Es ist kein großes Umrüsten nötig. Die Maschine muss nur einmal gerichtet werden. Der Platzbedarf mit der 1,4 Meter Maschinenbreite ist sehr gering. Wir haben eine sehr gute Zugänglichkeit und das ermöglicht uns schnelle Werkzeugwechsel, aber auch schnelle Arbeiten, um das Futter zu spannen, um auf verschiedene Bauteilgeometrien den Prozess einstellen zu können. Damit bin ich mit dem Kapitel zu den kompakten Bauteilen unserer VG 110 soweit durch. Und Manfred unterbricht schon. Bevor wir weitergehen, wir haben bereits erste Fragen erhalten. Die erste Frage hier aus dem Chat ist, welche Eingangsqualität ist wichtig für die Bearbeitung von Pumpenringen? Ja, allgemeine Antwort, wie das beim Schleifen übrig ist, wenn wir relativ nah an der Endgeometrie sind, können wir mit kleinem Aufmaß arbeiten. Das ist natürlich sehr förderlich für die Taktzeiten, aber ganz entscheidende Eingangsgröße ist natürlich der Planschliff der Werkstücke. Wir arbeiten mit einem Planspannfutter, um die Rechtwinkligkeitsanforderungen einzuhören. Deshalb hier in der Regel planparallel geschliffene Oberflächen bringen dann hier auch die gewünschte Ausgangsqualität. Das ist in der Regel der vorgelagerte Prozessschritt, den wir oft sehen. Hier kommt eine weitere Frage. Ab welcher Stückzahl ist eine automatisierte Maschine sinnvoll? Ja, das ist natürlich eine Frage, die lade ich ganz herzlich dazu ein, den Kontakt zu unseren Experten im technischen Vertrieb beim Herrn Winkler zu suchen. Das ist etwas, was wir natürlich für den Einzelfall bewerten müssen. Das hängt ab von Ihren geplanten Stückzahlen pro Jahr. Das hängt ab von Ihren Lohnkosten. Das müssen wir natürlich im Einzelfall bewerten, aber bei den gezeigten derart kurzen Taktzeiten ist eine automatisierte Beladung sicherlich eine sinnvolle Option. Eine weitere Frage haben wir hier. Pumpenkomponenten haben sehr unterschiedliche Geometrien. Wie kann ein schnelles Umrüsten der Maschinen gewährleistet werden? Ja, hier glauben wir durch die gute Zugänglichkeit, breite Maschinentür, guter Überblick der Kontaktzone. Man kommt an alle relevanten Komponenten schnell dran. Das Futter ist schnell getauscht, unmittelbar zugänglich für den Bediener. Der Vergleich gilt für die Schleifwerkzeuge. Durch die zwei Schleifspindeln, die wir in der Maschine haben, haben wir die Möglichkeit, das haben wir ja im letzten Beispiel gesehen, eine Spindel rüsten für den Rotor mit größerer Schleifscheibe, mit kleinerer Schleifscheibe auf der anderen Spindel gerüstet lassen. Für die Innenbearbeitung beim Stator, dadurch denken wir, ist die Maschine auch für eine hohe Bauteilvielfalt eigentlich prädestiniert, solange die Bauteilgeometrie in unseren Maschinenraum passt. Also Hausnummer 110 mm Bearbeitungsdurchmesser. Hier haben wir eine weitere Frage. Werden in der Maschine ausschließlich CBN-Schleifscheiben eingesetzt oder können auch Korunschleifscheiben verwendet werden? Grundsätzlich ist natürlich der Einsatz von Schleiftornen mit konventionellem Kornmaterial rund Siliziumkabit auch möglich. Insbesondere beim Innenrundschleifen und den dort vorkommenden eher kleinen Schleifscheibendurchmessern sind natürlich sehr wenig Körner auf dem Umfang verteilt, die dann die Zersparnarbeit leisten müssen. Das heißt, der Verschleiß ist relativ hoch. Hier ist natürlich ein hochartes Kornmaterial CBN von starkem Vorteil, insbesondere wenn Stahl bearbeitet werden soll. Zweiter Aspekt ist, wir haben beim Innenrundschleifen eine sehr große Kontaktfläche zwischen Schleifscheibe und Werkstück. Das erzeugt viel Wärme, die natürlich irgendwie aus der Kontaktzone raus muss. Hier ist CBN von Vorteil, weil es eine höhere thermische Leitfähigkeit hat im Vergleich zum Korund. Das heißt, wir haben hier einen kühleren Schliff, weil auch Wärme über das Schleifwerkzeug abgeleitet wird. Insbesondere bei der im ersten Fall eingesetzten galvanisch gebundenen CBN-Schleifscheibe für das Vorschleifen. Mikrosplittern beim CBN auch immer eine gute Eigenschaft, um den Schnitt kühl zu halten. Also insofern Antwort, beides ist möglich. Natürlich Empfehlung für diese Anwendung, ganz klar die CBN-Schleifscheibe, mit welchem Bindungssystem hängt dann vom Anwendungsfall ab. Gut, eine interessante Frage, die nicht fehlen darf. Wie hoch ist die Standzeit der Werkzeuge? Wie viele Pumpenringe können bearbeitet werden? Ja, auch das wie der Klassiker, wo ich natürlich leider eine sehr unscharfe Antwort geben muss. Alles das hängt vom Materialverhalten, von der Werkstückgeometrie und den eingesetzten Schleifwerkzeugen ab. Gerne diskutieren wir das mit Ihnen im Einzelfall. Um da eine präzise Abschätzung treffen zu können, brauchen wir natürlich einige Informationen aus der Anwendung. Deshalb muss ich die Frage leider zurückstellen. Gut, momentan liegen keine weiteren Fragen an. Dann kommen wir zum zweiten Kapitel unseres Webinars, VLC-Serie. Wir wechseln nun den Maschinentyp. Wir haben für diesen Maschinentyp auch zwei Applikationen vorbereitet. Zum einen eine Unrundschleifbearbeitung eines gehäuseintegrierten Kurvenringes, einer Radialkolbenpumpe und als zweites eine Kombinationsbearbeitung, Schleifen und Bürsten einer Steuerplatte, die wir in einer Axialkolbenpumpe finden. Hier rechts sehen wir ein Bild dieses gehäuseintegrierten Kurvenrings. Und hier sieht man schon, wir sind hier mit anderen Dimensionen unterwegs von der Größe, wie vorher bei der VG 110. Im Inneren des Kurvenrings bewegen sich eine Vielzahl von Kolben, die für die Druck- und Saugfunktion der Pumpe sorgen. Und die Kontur des Kurvenrings gibt die radiale Hubbewegung der Kolben vor, was auf der Druckseite einen konstanten Volumenstrom ohne Pulsationseffekt ergibt. Auch hier schauen wir uns die Details des Werkstückes an und die Bearbeitungsaufgabe. An der Dimension sehen wir schon Außendurchmesser 232 mm und Werkstückhöhe 108 mm. Und hier links in der Bearbeitungsaufgabe ein Gewicht von 16 kg. Hier sind wir in einer ganz anderen Kategorie unterwegs. Dieser Kurvenringmaterial war 15 CR MO4, gehärtet auf 58 bis 63 Rockwell. Und die Besonderheit war hier, wir haben drei verschiedene Schleifbereiche, die wir in einer Aufspannung realisieren müssen. Einmal, schön rot gekennzeichnet, das Schleifen der Innenkontur, das Schleifen des Außendurchmessers und das Schleifen der Planfläche. Besonders erwähnen möchte ich hier doch der stattliche Aufmaß der Innenkontur mit 0,8 mm im Durchmesser. Von den geforderten Qualitäten, die Oberfläche RA 0,4, die Linienform von 50 µ, das ist gar nicht so einfach. Von so einer großen Kurvenkontur mit einer Breite über 40 mm, Schleifbreite über 40 mm. Die Ebenheit dieser Kontur 5 µ und die Rechtwinklichkeit 20 µ zu A. A ist die Planfläche, die wir schleifen. Schleifen. Schauen wir uns das Maschinenkonzept an, mit dem wir das realisiert haben. Wir sind hier unterwegs mit unserer VLC 350 GT. Das ist eine Kombinationsmaschine. Auf der rechten Seite am Bild oben sehen wir eine Maschine, in die wir sehr viele unterschiedliche Bearbeitungseinheiten integrieren können, wie zum Beispiel einen Drehrevolver, eine Innenspindel, eine Außenspindel. Die Basis dieser Maschine ist auch ein Grundkörper aus Mineralitz, so wie bei der VG 110. Und der Vorteil von diesem Maschinenkonzept ist, wir können für das jeweilige Bauteile die optimalen Technologie aussuchen und somit, soweit wie möglich, das Teil in einer Aufspannung bearbeiten, damit wir eine beste Werkstückqualität bekommen. Schauen wir kurz nach links. Wir sehen hier oben die X-Achse mit dem Werkstückspindelstock, der das Spannmittel und das Werkstück in den Arbeitsraum bringt und nach außen zum Werkstück-Zuführband. Die Besonderheit hier im Arbeitsraum ist, wir haben den Arbeitsraum mit drei Schleifspindeln ausgerüstet und wir können hier einen Unrund, einen Rund und einen Planschleifprozess in einer Maschine realisieren. Alles in einer Aufspannung, um eine hohe Werkstückqualität zu bekommen. Kurz hier dargestellt der Prozessablauf dieses Kurvenringes. Wir starten im ersten Schritt mit dem Schleifen der Innenkontur. Das ist ein Unrundschleifprozess, auch wieder, wie wir es vorhin gesehen haben, mit einer Interpolation der linearen X-Achse und der rotativen C-Achse und wir haben hier keramisches CBN eingesetzt. Der zweite Prozessschritt war das Schleifen der Planseite. Wir haben auch hier keramisches CBN eingesetzt. Die Besonderheit war hier, wir haben uns hier für eine Spezifikation entschieden, die selbstschärfend ist. Das heißt, diese Schleifscheibe wird nicht abgerichtet. Und als letzten Schritt haben wir das Schleifen des Außendurchmessers. Das ist ein Rundschleifprozess. Aufgrund der geforderten Qualität, Durchmessertoleranz kleiner 10 µ haben wir hier immer ein Zwischenmessen gemacht. Wir haben also Vorschleifen, Messen und ein Fertigschleifen gemacht. Und wir haben auch hier keramisches CBN eingesetzt. Ein Blick zu den erreichten Taktzeiten und Qualitäten. Die Taktzeit für diese doch recht umfangreiche Bearbeitungsaufgabe war 440 Sekunden, inklusive des Be- und Entladen. Der Schleifprozess hat stattgefunden mit Öl. Und erwähnen möchte ich noch, der Innenschleifprozess war durchgeführt durch eine Schleifscheibe-Durchmesser 40 mm. Der Durchmesser dieser Schleifscheibe ist ja immer abhängig zu dem kleinsten Radius von der Kurvenkontur. Wir haben alle geforderten Qualitäten, die auf der Zeichnung standen, erreicht und unterboden. Auf einem möchte ich hier die Durchmesserqualität kleiner 10 µ diese Linienform von kleiner 50 µ die Geradheit von kleiner 5 µ und die Oberflächenqualität von RA kleiner 0,34. Schauen wir uns ein Video an von dieser Bearbeitungsaufgabe. Auf der VLC hier eine Frontansicht. Man sieht sehr schön, wie man von vorne die Maschine gut zugänglich hat für Rüstarbeiten. Hier wird das Rohteil abgepickt von der Palette und eingemessen wird die Referenzbohrung, weil wir müssen ja die Innenkontur zu einer Referenzbohrung winkelgenau bearbeiten. Hier sehen wir den ersten Bearbeitungsschritt des Unruhenschleifen der Innenkontur. Dann kommen wir zum Planschleifen. Wie gesagt, hier Einsatz einer CBN-Schleifscheibe einer selbstschärfenden Spezifikation. Und als dritten Schritt erfolgt das Schleifen des Außendurchmessers. Zuerst das Vorschleifen. Dann erfolgt das Zwischenmessen. Das erfolgt mit diesem Messtaster, der außerhalb des Arbeitsraumes und somit des Schmutzbereiches platziert ist. Und als letzten Schritt haben wir das Fertigschleifen des Außendurchmessers. Danach erfolgt die Ablage des Fertigteils auf die Palette des Wirkstückbandes. Als zweite Applikation schauen wir uns an die Bearbeitung einer Steuerplatte, die wir in einer Axialkolbenpumpe vorfinden. Schauen wir uns die Wirkstückdetails und die Bearbeitungsaufgabe an. Die Bearbeitungsaufgabe ist hier auch wieder sehr schön rot dargestellt. Hier links, wir schleifen die Planseite, wir schleifen den Außendurchmesser und wir schleifen die Sphäre. Besonders kritisch ist hier der Schleifen der Sphäre. Sie sehen, es ist gefordert eine Oberflächengüte von RA 0,1, eine Flächenform von nur 4 µ und ein Rundlauf von 20 µ zu A und B. A und B sind hier der Außendurchmesser und die Planseite. Material ist gehärtetes 8CR-MO16 und von den Aufmaßen her sieht man hier Aufmaßdurchmesser 0,2 mm im Durchmesser. Die Planfläche 0,1 mm und im Sphärenbereich haben wir ein Aufmaß von 0,1 mm. Man sieht schon an der rot dargestellten Bearbeitung, wenn wir links und rechts bearbeiten, dass man das nicht mit einer Aufspannung machen kann. Das heißt, es gibt einen ersten Bearbeitungsschritt, dann wird das Wirkstück nach außen auf das Wirkstück-Shuttle gebracht, dann wird das Wirkstück gewendet und kommt in die Maschine zum zweiten Prozessschritt. Schauen wir uns das Maschinenkonzept an. Das haben wir realisiert, auch wieder auf einer Kombinationsmaschine, auf der VLC 200 GT. Das ist die kleinere Schwester der vorhin gezeigten 350 GT. Wir haben oben wieder die angebrachte X- und Z-Achse. Wir haben den Wirkstück-Spindelstock, wir haben das Spannfutter und die Abrichtspindel und unten im Arbeitsbereich haben wir drei Spindeln angebracht. Links eine schräg angebrachte Außenrundschleif-Spindel, in der Mitte eine schräg angestellte Innenschleif-Spindel und rechts eine Motorspindel, die später das Bürstwerkzeug trägt. Schauen wir uns den Bearbeitungsprozess und die Bearbeitungskette an. Zuerst erfolgt das Schleifen der Planfläche. Hier haben wir eine Korunschleifscheibe eingesetzt mit Durchmesser 400. Dasselbe Schleifwerkzeug nehmen wir, um den Außendurchmesser zu schleifen. Danach erfolgt der Bürstvorgang. Hier haben wir eine Kunststoffbürste mit Schleifkorn besetzt eingesetzt. Hier war gefordert, laut Zeichnung eine Gradfreiheit und gerade an den Kanten, an den Übergängen, wird mit diesem Bürstprozess der feine Schleifgrad entfernt. Danach kommt das Werkstück aus dem Arbeitsbereich, wird außerhalb mit einem externen Wender gewendet, um 180 Grad wieder in der Bohrung gespannt und in den Arbeitsraum gebracht. Dann haben wir als fünften Schritt das Schleifen der Sphäre. Hier haben wir eine Topfscheibe eingesetzt mit Durchmesser 60. Und das erfolgte mit einer kunstharzgebundenen Silizium-Kabitzscheibe. Und als letzten Schritt wieder ein Bürstvorgang. Hier ein sehr schöner Blick in den Arbeitsraum. Auf dem linken Bild sehen wir oben den Werkstücksspindelstock mit dem Spannmittel und dem Werkstück. Unten links in rosa die Außenschleifscheibe und Planschleifscheibe. In der Mitte leicht grün die Silizium-Kabitzscheibe für das Schleifen der Sphäre. Und rechts sehen wir schön diese Kunststoffbürste zum Bürsten. Eine Besonderheit haben wir hier noch bei dem Prozess. Wir haben zwei unterschiedliche Abrichtwerkzeuge in der Maschine. Das Abrichten der Edelkurundscheibe für das Außendurchmesser und Planschleifen erfolgt mit einer angetriebenen Diamantformrolle. Und das Abrichten der Silizium-Kabitzscheibe erfolgt über einen feststehenden Einzeldiamant. Weil hier müssen wir die Scheibe innen als Topfform abrichten. Und da kommen wir natürlich mit der breiten Diamantabrichtrolle nicht hinein. Noch kurz ein paar Informationen zur Taktzeit und zur Qualität. Die Taktzeit war 3,82 Minuten inklusive B und Entladen. Der Schleifprozess hat stattgefunden mit Emulsion und hier möchte ich eigentlich nur noch auf die Qualitäten der Sphäre eingehen. Wir haben wirklich die Fleckenform erreicht mit kleiner 4 µ, dem Planlauf kleiner 5 µ und die Oberflächengüte kleiner RA 0,1. Nun noch ein paar Worte zu dem eingesetzten Maschinenkonzept. Die VLC GT Baureihe ist eine Pick-up Spindel und Sie erhalten mit diesem Maschinenkonzept die Automation inklusive. Der Werkstück-Spindelstock mit dem Spannmittel pickt die Teile von der Palette, von dem Werkstück-Zuführband oder Werkstück-Shuttle ab, bringt es in die Maschine und wieder zurück. Auf der rechten Seite sehen wir zwei unterschiedliche Darstellungen der Automation der Maschine. Wir haben einmal oben ein Shuttle-Konzept. Hier wird meistens die Maschine mit einem vom Kunden beigestellten Automationszelle verbunden, wo die Teile automatisch auf das Shuttle B und Entladen wird. Unten sehen wir die Variante mit einer O-Automation mit einem Umlaufband. Hier können bis zu 20 Paletten platziert werden, außer einem automatischen Beladen. Dieser Paletten ist hier auch oft ein manuelles Beladen der Paletten möglich. Hier nochmal dargestellt die verschiedenen Technologien, die sich mit diesem Maschinenkonzept realisieren lassen, damit man die richtige Kombination zur Bearbeitung der Werkstücke zusammenstellen kann. Es ist Hartdrehen, Scheldrehen, Innenschleifen, Außenschleifen, Rundschleifen, Unruhundschleifen, Hohnen oder Bursten möglich. Und abschließend noch einmal zusammengefasst die Vorteile auf einen Blick. Mit diesem Maschinenkonzept ist eine komplette Bearbeitung in einer Aufspannung möglich. Das bedeutet höchste Werkstückgenauigkeit. Je nach Bedarf können verschiedene Technologien wie Drehen, Schleifen, hier nochmal das Rund- und Unruhundschleifen erwähnt, Fräsen, Reiben und Hohnen kombiniert werden. Wir haben die integrierte Automation. Wir haben somit kurze Wege und kurze Spahn-zu-Spahn-Zeiten. Wir haben die vertikale Bearbeitung wie bei der VG 110. Wir haben einen optimalen freien Spänefall nach unten. Wir haben einen geringen Platzbedarf. Wenn Sie verschiedene Technologien einsetzen, brauchen wir nicht eine Drehmaschine und eine Schleifmaschine. Das ist in einer Schleifmaschine integriert. Somit in Ihrem Shopfloor weniger Platzbedarf. Und es ist eine Mehrmaschinenbedienung möglich. Wir haben eine optimale Zugänglichkeit der Maschine von vornen für ein schnelles Rüsten der Spannmittel und ebenso wie ein Umrüsten der Schleifwerkzeuge und Abrichtwerkzeuge. Das bedeutet schlussendlich identische Grundmaschinen für unterschiedliche Bearbeitungsaufgaben. Wir haben eine einheitliche Bedienung und eine einheitliche Teileprogrammierung. Das ist der Ende des zweiten Kapitels. Ja, auch dazu sind Fragen im Chat eingegangen. Bei der ersten Frage muss ich ein bisschen schmunzeln, weil ich die in der Vorbereitung auch schon gestellt habe. Warum ist der Durchmesser der Außenschleifscheibe so klein gehalten? Warum der Außenschleif-Messer so klein gehalten ist? Der Kunde wollte hier sehr flexibel sein. Es gibt auch Kurvenringe, die die Oberflächenqualität, wie wir das bei dem Pumpenring hatten, mit RA02 gefordert ist. Und wenn wir RA02 haben, brauchen wir einen zweistufigen Schleifprozess. Und deshalb haben wir die Maschine ausgerüstet im Endeffekt mit zwei Innenschleifspindeln. Und der Kunde muss mit dem Kompromiss leben, dass wir für das Außenschleifen nur eine kleine Schleifscheibe einsetzen können. Das war also projektspezifisch bedingt. Aber völlig richtige Anmerkung. Von Haus aus hätten wir natürlich dort eine Außenspindel eingesetzt, um mit wesentlich mehr Material arbeiten zu können. Aber ja, sehr gute Anmerkung. Nächste Frage. Verwenden Sie Schleifzyklen oder müssen die Programme von Hand geschrieben werden? Wir haben natürlich feste Schleifzyklen in der Maschine für Rundschleif, für Einstechschleifzyklen, Schräg-Einstieg. Wir haben Abrichtzyklen für Planabrichten, für Durchmesserabrichten. Um natürlich schlussendlich zu einem kompletten Bearbeitungsprogramm zu kommen, müssen diese Schleifzyklen noch eingebunden werden in die Daten des Werkstücks und in die Schleiftechnologiedaten wie Schnittgeschwindigkeiten und Zustellungen. Nächste Frage. Ist eine Zwischenmessung des Durchmessers immer notwendig? Kann nicht einfach zyklisch gemessen werden? Nein, ein Zwischenmessen immer ist nicht notwendig. Das war auch diesem Prozess geschuldet, dass die Toleranz des Außendorfmessers kleiner 10 µ gehalten werden muss. Es kann generell immer zyklisch gemessen werden. Nächste Frage. Auch wieder Thema Messtechnik. Welche Aufgaben kann der integrierte Sensor übernehmen? Besteht die Möglichkeit, ein externes Messsystem, also Postprozessmessung, zu integrieren, um gegebenenfalls Prozesskorrekturen vorzunehmen? Das sind jetzt zwei Fragen. Zum Ersten zu dem Sensor. Ich nehme an, damit ist das integrierte Schleifmittel gemeint, das in der Maschine ist. Das nutzen wir natürlich, um Prozesse einzufahren und damit das erste Teil schon in Ordnung ist. Das heißt, das erste Teil wird mit Aufmaß bearbeitet. Wir machen eine Zwischenmessung und danach erfolgt die Fertigbearbeitung. Wir haben sehr viele Projekte auch realisiert und es ist kein Problem, nach der Maschine eine Postprozessmessstation zu platzieren. Und wir bekommen von dieser Station die Messwerte zurück und können eine Korrektur vornehmen. Ja, das waren soweit die Fragen aus dem Chat. Damit leite ich über in das letzte inhaltliche Kapitel, nämlich die Software EMAG Contour, unsere softwaregestützte Hilfe für das Unrundschleifen. Bei den komplexen Geometrien in der Unrundbearbeitung, egal ob es sich um Lockenwellen handelt, Kurvenringe einer Pumpe oder die gezeigten Rotoren und Statorn, wir müssen hier mit Interpolation mehrerer Maschinenachsen arbeiten, um die geforderte Geometrie herzustellen. Die Software EMAG Contour ist das Bindeglied zwischen den Werkstückdaten, die der Kunde für sein Bauteil fordert, und dem NC-Code, dem NC-Programm, das dann tatsächlich die Maschine dazu bringt, die entsprechende Kinematik sicherzustellen. EMAG Contour berücksichtigt dabei für die EMAG Maschinen das individuelle dynamische Maschinenverhalten. Das heißt, die Beschleunigungsfähigkeit der Achsenwert berücksichtigt, das Ruckverhalten, um eben die Prozessparameter, die NC-Daten, dann so auszulegen, dass wir mit möglichst hoher Geschwindigkeit, aber ohne Ruck, ohne Übersteuern, dann das Bauteil entsprechend der geforderten Profilgenauigkeit herstellen können. Eingabe sind somit Wertetabellen, die die Zielgeometrie beschreiben und die Ausgangsdaten aus dem E-Kontour ist dann das NC-Programm, also die Weg- und Geschwindigkeitsprofile der einzelnen Maschinenachsen in Überlagerung. Das Ganze funktioniert dann auch so, dass wir Werkstückdaten, also gemessene Werkstückdaten, einspielen können. Wir können uns die Abweichung zwischen Ist- und Sollgeometrie anschauen und das Programm berechnet die entsprechenden Korrekturfaktoren für die einzelnen Maschinenachsen, um möglichst schnell dieses Werkstück dann in Geometrie fertigen zu können. Funktioniert, wie gesagt, für unsere Vertikalschleifmaschinen bei der Unrundbearbeitung, die wir heute gezeigt haben, sorgt aber auch dafür, dass zum Beispiel bei unseren horizontalen Nockenwellenschleifmaschinen dann die entsprechende Nockengeometrie den Wünschen des Kunden und somit der späteren Anwendung entspricht. Das als letzter Ausblick, um das Thema abzurunden. Ich darf jetzt noch mal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben gesehen, der Pumpenmarkt, weil er eben sehr breit aufgestellt ist, weil er nicht nur am Automotive-Bereich hängt, sondern weil es auch viele Anwendungen im Nutzfahrzeugbereich, bei Landwirten, bei Landmaschinen, bei Forstmaschinen, im Baugewerbe gibt, aber auch in Haushaltsprodukten, die millionenfach zum Einsatz kommen. Deshalb ist dieser Markt sehr stabil wachsend und wir haben gesehen, auch sehr anspruchsvoll, aufgrund der geforderten Geometrie- und Oberflächentoleranzen. Wir haben dazu in Abhängigkeit von der Werkstückgröße verschiedene Lösungen präsentiert. Eine davon, die VG110, optimiert für das Schleifen kompakterer Bauteile in hohen Stückzahlen bis zu einem Bearbeitungsdurchmesser von 110 mm. Die VLC-Reihe für größere und schwerere Bauteilen. Darüber hinaus haben Sie mit der VLC ein sehr flexibles Maschinenkonzept kennengelernt, in das auch weitere Technologien zur Feinbearbeitung integriert werden können. Das Hartdrehen, das Scheldrehen, das Hohnen, das Bürsten, um nur einige Beispiele zu nennen. Die Software EMA Contour hilft dabei, für die verschiedenen Unrundgeometrien den optimalen NC-Datensatz zu generieren. Wenn wir nun zum Abschluss Ihr Interesse geweckt haben, dann laden wir Sie ganz herzlich ein, uns in der kommenden Woche auf der Grinding Hub in Stuttgart zu besuchen. 14. bis 17. Mai die Business Unit Schleifen wird dort vertreten sein, mit verschiedenen Exponaten unserer Wellendrehmaschine für die Kombinationsbearbeitung, die VTC-100GT mit Kombinationsbearbeitung, Drehen, Scheldrehen und Schleifen wird zu sehen sein. Unsere Bremsscheibenschleifmaschine VLC-450DG optimiert für das Schleifen von hartstoffbeschichteten Bremsscheiben, die im Rahmen der Euro 7-Norm an Relevanz mehr und mehr gewinnen. Darüber hinaus einige Universalschleifmaschinen der W11-Serie, auch das ist dort zu finden. Ganz herzliche Einladung, würde uns sehr freuen, wenn wir dort dann persönlich ins Gespräch kommen können. Ich schaue zum Abschluss nochmal in den Chat und dort sind auch einige Fragen noch angekommen. Hier ist nochmal die Frage, ob auf der VG nur Schleifscheiben mit hochharten Kornwerkstoffen zum Einsatz kommen. Das hatte ich ja eben bereits erläutert. Ganz klare Empfehlung, CBN ist hier das Mittel der Wahl. Auf der einen Seite Kühlerschliff und Verschleißbeständigkeit, was bei den kleinen Schleifscheiben doch ein großer Vorteil ist. Nächste Frage gebe ich direkt an den Manfred weiter. Wie groß dürfen die Werkstücke sein, die in der VLC-350 bearbeitet werden können? Ja, der maximale Werkstückdurchmesser ist schon in der Maschinenbezeichnung dargestellt. Der maximale Durchmesser beträgt 350 Millimeter und die maximale Werkstückhöhe, das sind 200 Millimetern für die VLC-350 GT. Nächste Frage auch an dich, ist auf den VLC-Maschinen auch eine Bearbeitung von Wellen zwischen Spitzen möglich? Das ist auf diesem Maschinentyp nicht möglich. Wir haben dort keinen Reitstock. Aber wie wir schon gesehen haben, auf der Grinding Hub zeigen wir eine Maschine, eine VTC-100 GT. Das ist die EMAC-Wellenbearbeitungsmaschine für Schleif- und Drehprozesse und die Maschine ist mit einem Reitstock ausgerüstet. Die VLC-Baureihe ist nur für Flanschteile einzusetzen. Ja, das waren die Fragen aus dem Chat. Dann darf ich zum Abschluss nochmal ganz herzlich mich für die Aufmerksamkeit bedanken. Auch wenn Sie es nächste Woche nicht auf die Grinding Hub schaffen, zögern Sie es nicht, uns zu kontaktieren. Hier die Kontaktdaten. Melden Sie sich bei unseren Kollegen hier bei der EMAC. Die Anfragen werden dann entsprechend an uns weitergeleitet. Dieses Webinar, aber auch viele andere, finden Sie in unserem Media Center für die verschiedensten Bearbeitungstechnologien, die im Hause EMAC vereint sind. Ich bedanke mich ganz herzlich auch für die rege Diskussion und freue mich, wenn wir uns dann bei den nächsten Webinaren zum Thema Schleifen vielleicht wiedersehen. Ganz herzlichen Dank. Auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Teilnahme.